Drei von sieben Aussichtspunkten Bürgerviertel von Jerusalem, erklommen. Okay. So, was Neues. Bogenschützen ausschalten, nehme ich an. Ja. Und Dachrennen. Ich bevorzuge das Dachrennen. Plopp. Eine milde Gartenhavung, bitte, aber ein paar Goldstücke, bitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, es war für die damalige Zeit komplett in Ordnung, dass man auf Dächern rumgeklommen ist. Hups. Nein. Nie machte das, was ich will. Nein, ihr versteht es nicht, ich habe nichts. Es ist euch nicht erlaubt, Sitz. Sack. Da scheiße ich doch drauf. Ihr habt nichts hier zur Suche, jetzt. Eine milde Gabe, bitte, nur ein paar Goldstücke. Tod. Wo ist er denn? Wo ist er da hin? Da unten ist er. Es ist aber kein Dachrennen mehr. Komm schon. Lasset mal hier nicht so aus. Ah, meine Güte, laufen doch nicht alle durchs Bild. Hallo. Meine Güte, ich wollte doch ausweichen, Freund. Nein. Na komm. Verpiff dich. Zur Hölle mit dir. Sack. Was ist mit dir denn, Frau? Bist du fett zum Laufen oder was? 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 Der hört. So. Zack. Weg mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Zack. Aufgeschliffst. ups das war keine Absicht okay die lebt ja noch ist aber auch selbst schuld wenn die mir mit reinläuft schön euch zu sehen Bruder eine Minute ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten aber ich habe nichts zu berichten hier ist es ruhig vielleicht hat Tariq etwas gesehen oder gehört er ist nicht weit von hier postiert geht zu ihm seht ob er etwas weiß in Ordnung was ist hier geschehen doch hilf mir doch jemand ach so ich hoffe das komm schon mach ein bisschen schneller nein hin nein hin nein hin nein nein ne nein aua falsch schaffig gibt es einen Grund für diesen Schabernack? doch ach Mensch ey mach mal ein bisschen schneller Jetzt schaffe ich das wahrscheinlich nicht mehr. Rechtzeitig. Cool. Nee. Wow. Knapp. Karte mit der Person Roberts während der Beerdigung. Mal gucken, wo bin ich hier denn? Ich glaube, ich versuch's da unten nochmal mit dem Aussichtspunkt. Da müsste da eigentlich auch noch was kommen. Alter. Scheißbehindertes Kind. Das ist mir auch scheißegal, dass deine Familie an verrecken ist. Sorry. Zack. So. Na, das wird... Mach doch einfach. So. So krank kann es ja gar nicht sein, wenn du noch laufen kannst. Gehe euch an. Gehe euch an. So. Hm. Seltsam. Nix Neues freigeschaltet. Seltsam, seltsam. Probe ich das mal mit den Bogenschützen. Türlop. Türlop. Ja, ja. Ah, Scheiße. Naja, gehen wir. Scheiß drauf. Wenn ihr ein paar auf Erpresse wollt, dann spittet mich doch einfach da rum. Ich verteile gerne Schläge. Kommt her. Zack. Und tot. Eins. Weg mit dir. Zack, zwei. Drei. Nicht vier. Kommt schon. Aber jetzt vier. Fünf, sechs. Na komm, 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 komm. Sieben. Du willst doch auch. Vielleicht nicht. Meil, Goethe. Wo ist er denn? Ach, da unten. Da unten. Das Wort. Da unten.